Ja Bruder tut mir leid. Engalado. Was geht YouTube? Ich hoffe euch geht es gut, mir geht es blendend. Wo bin ich gerade? Ich muss in die Stadt. Ich glaube, das ist ein guter Weg um in die Stadt zu kommen. Ja, wir sind richtig. Ich kann eigentlich jetzt noch kurz ansprechen. What the fuck ist mit dem Road Rage Video passiert? Warum habe ich da 500 Klicks drauf? Warum habe ich dadurch gefühlt 10 Abonnenten gemacht? Also nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Und hallo und herzlich willkommen an alle meine neuen Abonnenten, die ich dadurch gemacht habe. Ich hoffe, dass ihr auch meine anderen Videos seht, wie zum Beispiel das, wo ich mich bei euch bedanke, dass ihr mich abonniert habt. Was wir in der Stadt macht. Wir holen nur ein Auto schnell in der Stadt. Muss ich mal schauen, ob ich aus dem Auto ein Video aufnehmen kann. Ich habe zwar das Mount für den Kopf dabei, aber das dauert so lange, den einzustellen hin und her. Und ich muss eh nur ganz kurz Auto fahren. Von daher weiß ich nicht, ob es das wirklich lohnt. Aber das entscheide ich jetzt auf der Fahrt. Ansonsten ist heute einer der letzten Tage, wo noch schönes Wetter ist. Das heißt, das müssen wir ein bisschen ausnutzen. Ja, Bruder, tut mir leid, der ab. Hier gibt einfach keinen fucking Gas. Digga, der BMW vorne darf ruhig vorfahren. Das ist dem schon klar, oder? Ey, so ein... Wieso haben solche Menschen einen Führerschein? Der Acht zum Beispiel ist jetzt wieder fett, weißt? Der Acht, den wir hatten, war nicht so geil. Es würde halt auch alles sehr viel schneller hier in der Stadt vorangehen, wenn die Leute auch fahren würden. Galado. Oder Galado, was weiß ich, wie die Leute den nennen. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich kletze jetzt in die Hand und dann wechseln wir die Location, okay? Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Ich habe gerade eine Sache realisiert. Ne, da dachte ich, dass ich der absolute Vollspast bin. Ich habe keinen Imbusschlüssel mitgenommen. Um die Schraube zu lockern, damit ich die GoPro abnehmen kann. Keine Sorge, ich lasse mir was einfallen. Äh, fuck. Transaction. Ähm, 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 ähm. Drei, zwei, eins. Ich weiß, Jungs und Mädels. Auf den ersten Blick, es sieht fucking weird aus, okay? Aber ich komme gleich dazu. Sickt ihr dich? Die Leute sehen mich gleich alle mit Helm decken sich noch. Was ist los bei dem Jungen, Digga? Also es wird auch jetzt nicht mehr viel sein. Ich muss das Auto nur ganz kurz wohin fahren. Und dann, wie gesagt, Inschallah. Nächste Woche gehört Baby mir. Oh, ich hoffe, man hört das auf dem Video, Digga. Boah. Boah. Das hört sich so gut an, Jungs. Sowas macht einfach Spaß, Mann. Naja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, YouTube. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen ins Gefallen. Es ist zwar jetzt nicht besonders viel passiert, aber ich hatte auch echt nicht viel Zeit. Bis dahin, wir sehen uns. Yala gib ihm! Und das war's.